Der Papa hat immer gesagt, man muss schnell sein, wenn man was sehen will, weil alles verschwindet. Halt fest, dass er nicht runterfällt und scharf stellen kann, wenn du da drehst, dann stell scharf. Komm, dreh einmal. Siehst du das? Ist das verdreht? Ich glaub das nicht. Ich glaub man muss nur lang genug hinschauen. Ja, nochmal vielen Dank. Ja, ja, das ist. Untertitelung des ZDF, 2020